Wollen Sie Bilder von 50 machen? Den ganzen Tag in der Brüder, den kann man auch nicht. Das sieht nach Schnee aus. Ja, ich meine, er kommt jetzt fünktlich. Manchmal kommt er fünf Minuten später auch. Er kommt jetzt heute ganz schön pünktlich so an. Wie fünktlich? Sonst ist er nicht so nah an. Manchmal ist ja irgendwas zwischen. Aber heute kommt er fünktlich. Er hat heute Mittag schon gemacht. Okay. Wenn man hier an der Schranke wohnt, dann merkt man das ja auch. Ja. Wohlen Sie hier in Waltshude? Welche Straßen? Nein, ich wohne in Niederland. Wie ist es? In Niederland. Niederland? Ja. Ja, in Holland. 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 Sind Sie zum Besuch hier heute? Ja, ich bin hier. Okay. Ach so, was? Eigentlich überall. Hier haben wir drei Stücke, Waltshude, ne? Ja. Haben Sie gesehen, ne? Ja. Ja, ja. Den besuch ich drei. Gleich. Du hast eben in meiner Sprache schon gehört. Ja, irgendwie ist ein bisschen was anderes. Ja. Das ist auch schwer, ne? Ja. Ja. Meine Tante und die waren mal vier. Die in der Zwischen. Wenn Sie uns die Ecke wünschen. Die sind hier nach Holland gefahren. Okay. Ja. Dreck in bald. Ja. Und er war auch Holland. Ja. Der Mann davon, ne? Ja. Die sind jetzt schon alle tot. Keine Verbindung. Nein? Nein. Leider. Es ändert sich vieles im Leben, nicht so? Ja, das passiert. Hier laufen mal viele mit Hunden auf, mit Hunden spazieren, mit Docks. Ja, mit Hunden. Hier laufen viele spazieren. Die gehen spazieren. Das ist ganz schön. Ja, das ist ganz schön. Das ist ganz schön. Ja? Ach so, ach so. Nee, ich hab ihn erwarten. Ich hab ja Zeit, ich hab ihn erwarten. Okay. Dann hab ich die Scheibe. Der ist mit zwei, ne? Ja. Ich hab ihn erwarten.